Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Energiearbeit für das Tor 7-7. Ich bin jetzt schon emotional total bewegt, nur wenn ich meine Energien auf dieses Tor ausrichte. Wir werden wieder mit Lichtsprache arbeiten. Gefühlt, die meisten von euch als Kanalmitglieder begleiten mich schon ewig. Ja, also wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich jetzt sage, gefühlt haben wir das ewig nicht getan. Und wenn es nach mir geht, würde ich mich ja den ganzen Tag nur mit Lichtsprache verständigen. Deswegen freut es mich natürlich total und die holt mich ja auch emotional einfach immer ganz extrem ab. Und wenn wir uns die Kartenauswahl angucken, dann haben wir hier das Hashtaro, ja die Stille, in der Stille die Seele wahrzunehmen oder eben die Lichtsprache wahrzunehmen. Ja, das ist etwas Wunderwunderschönes. Ich habe passend dazu, vielleicht macht der mich auch gerade so extrem emotional zeigen. Ich habe passend dazu, ja, das Licht, ja, den Rosenquarz, ne, in den Lebensbaum, in die Adern fließen zu lassen, ne, habe ich in der Nacht von der Sommersonnenwende auf heute halt aufgeladen, ne. In der Nacht in die 22 ins Ich und Du. Und das ist auch so eine krasse Fortsetzung von unserer Energiearbeit zum Tor 6-6, wo es ja schon darum ging, sich, ne, da haben wir die Tür nach oben, ne, mit dem höheren Selbst, mit der Seele zu verbinden, ja. Und jetzt habe ich den Rosenquarz verbunden mit den Lebenssäften, ja, mit eurem Lebensbaum, ne, bekommt ihr dann hier auch nochmal beschrieben, ne, was, wofür der Rosenquarz steht und wofür der Baum des Lebens steht, ne. Die meisten von euch werden wissen, dass der Rosenquarz, ne, das Herz öffnet, um Liebe zu geben und zu empfangen, ja, dass er Selbstliebe und Selbstakzeptanz verbessert auf so eine milde und sanfte Weise, ne, also total angenehm. Ohne jegliche Form von Brachialität, ja, ist ja auch krass, wenn man von jetzt auf gleich, ne, so, jetzt ist dein Herz, das öffnen wir jetzt. Aber das wisst ihr ja, dass ich dafür nicht zu haben bin, ne, und dass ich immer sehr bitte, bitte im eigenen Tempo, ne, und da versuche ich euch ja auch immer zu vermitteln, dass ihr da bitte nicht so streng zu euch selber seid, ne, ja. Der hat eine beruhigende Wirkung bei Trauer, bei Traumatast, ne, die man noch mit sich rumschleppt aus dem Leben oder auch aus anderen Leben, ne. Der stimuliert Empathie, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, ja, regt auch die Kreativität und Fantasie an. Der wirkt beruhigend, ne, bei negativen Schwingungen, sowas wie Eifersucht, etc., pp., ne. Der stärkt die Willenskraft, ja, der verbessert spirituelles Wachstum, der inspiriert, ne, aber das habt ihr hier alles dann auch nochmal drinstehen. Ja, den habe ich jetzt schon mit der Wendepunktenergie aufgeladen, ja, und, ähm, das heißt, für alle, die sich über den Kanal nur noch informieren, um das Feld, die Energien und das Umfeld besser verstehen zu können, oder für alle Kollegen, erst mal einen herzlichen Gruß an euch, ihr Hübschen. Es ist so schön, dass es euch gibt. Also es tut mir leid, aber ich bin jetzt schon wieder extrem schmusibusi. Ich könnte euch schon wieder alle knutschen. Ja, und, ähm, die sich da nur noch informieren, ne, die brauchen dann natürlich jetzt keinen Verstärker, ne, nicht noch, ähm, ne, ansonsten geht's euch wie mir, ja, dann rennt ihr in der Weltgeschichte rum und wollt einfach jeden knutschen, das kommt auch nicht bei jedem gut an. Ja, also ich muss den jetzt schon wieder abnehmen, ja, das ist einfach, ähm, von der Wirkung her zu krass bei mir, ne, weil ich ja sowieso schon immer mit so einem Riesenherzen in der Weltgeschichte rumrenne. Oder wartet, ich wechsle den einfach auf links, ich wechsle den auf links, genau, aufs Empfangende, ne. Das ist eine gute Idee. Ja, danke. So, und, ähm, jedenfalls, ähm, arbeiten wir mit Lichtsprache durch dieses Tor, ne, wieso, weshalb, warum? Wir, ähm, gehen ja in den Juli in dieses Tor mit zehn Portaltagen in Folgen. Ihr wisst, wie wichtig es gerade ist, ja, mit, mit seiner Seele verbunden zu bleiben, damit man eben, ne, den Wendepunkt im Seinsfeld auch integriert, im Kopf integriert, ne. Dass man sich nicht durch Negativität, Ängsten, Zweifeln, die vom Außen gestreut werden, vom eigenen, äh, Seelenweg, Lebensweg, Lebensbaum abbringen lässt. Und deshalb für die Portaltage und natürlich auch drüber hinaus, ja, ein Lichtsprache-Mantra, was mit, was wir jetzt natürlich für die Allgemeinheit hier jetzt, ähm, mit dem Orakel bekommen werden. Das kennt ihr ja schon, ja, und ansonsten, bei dem Rosenquarz-Armband kommt natürlich ein persönliches Mantra mit. Ich überlasse es der geistigen Welt, ne, ob ich euch dann, weil das wird dann ja auf das, was ihr braucht, geschändelt, ja. Das heißt, ich mache jetzt keine Zusage, jeder bekommt ein Lichtsprache-Mantra, weil der eine braucht ein Lichtsprache-Mantra, der andere braucht eine kurze, knappe Affirmation, ja. Der nächste braucht vielleicht ein, ähm, ein deutsches Gebet in der Muttersprache. Das, ähm, wird mir euer Feld dann schon mitteilen, ja, wo da euer Bedarf ist, ne. Ihr wisst, ich bin da sehr flexibel, so diese Scheuklappen, die nützen ja nichts, ne. Das ist, ähm, ihr seid alles Individuen und, ähm, da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar für. Und das wäre ja schlimm, wenn ich euch allen irgendwas überstülpe, ne. Wisst ihr, da bin ich auch raus. Das ist auch nicht meins. Ja, also soviel schon mal dazu. Die Energiearbeit zielt auf Lichtsprache ab, damit man nicht in die sieben, ne, bei dem, weil mit den zehn Portal-Tagen trennt sich einfach wieder die Spreu vom Weizen, ja. Das hört sich immer so, so, äh, bewertend an, ja. Das ist gar nicht so gemeint. Ihr wisst, ne, jeder, der eine, ne, jeder kommt unterschiedlich an seinem Punkt an, wo er das fällt, den Zug, die Energie, den Fluss wechselt, ne. Ihr wisst, wir können nicht gleichzeitig Mangel und Fülle leben. Es ist immer eine Entscheidung, ja, und der eine geht jetzt halt in die sieben, ne, das heißt, in die, äh, Schlange, das heißt, ne, in, in Karma, Wiederholungen, zeitliche Verzögerungen, etc. pp. Weil jeder, wenn er so weit ist, ne, weil zu viel, zu starker Einfluss von außen ist, ne, und dann wird man halt abgelenkt vom eigenen, ähm, Seelenweg, ne. Und, ähm, andere, die sind jetzt, ähm, haben genug Wachstum, Reife und Erfahrung gesammelt und müssen jetzt im Grunde genommen nur aufpassen, ne, dass sie sich in der sieben nicht wieder, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, verführen lassen. Von der sieben verführen lassen, sondern tatsächlich dann auch auf, ne, in dem Boot, auf dem Fluss des Wendepunktes bleiben. Und dafür dann halt, ne, das, äh, Lichtsprache-Mantra immer, wenn man merkt, ne, der Kopf, weil das Neue noch nicht da ist, kann der Kopf mit dem Neuen noch nicht arbeiten. Und dann ist die Versuchung groß, ne, wieder in das Alte zu gehen. Und dann kann man halt das Mantra nehmen, ne, sich hinsetzen und hier den Rosenquatz, die Kugeln reiben und dabei das Mantra sprechen, ja. Ob nun, äh, das kann man dann überall machen, ja, ob man das auf dem Sofa macht, ob man das beim Kaffee trinken, auf dem Balkon, im Schwimmbad, im Bus, whatever. Er war vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren, ja, äh, aber ansonsten glaube ich in jeder Situation, selbst auf dem Klo. Ja, immer wenn man merkt, ne, der Kopf driftet ins Alte ab, weil er sich mit dem Neuen noch nicht befassen kann, ne, weil das Neue noch nicht da ist. Dann, ähm, rausgeholt, ja, rausgeholt und los geht's. So, jetzt fangen wir aber mit der Energiearbeit an. Da mache ich jetzt, äh, ein zweites Video machen wir jetzt auf Stopp, ne, dass dann halt, äh, an alle Kanalmitglieder geht. Und für alle anderen, die, äh, kein Kanalmitglied sind, ihr werdet dann, wenn das Video hochgeladen ist, den Link zu der weiterführenden Legung in der Infobox haben. Bis dann. Schau mal.